so liebe freund damit begrüße ich euch zu einer weiteren folge so wissen mal auf unserem eigenen server und hallo warte mal mit dabei ist jonas ich bin jetzt leider zu viert die anderen sind zu sechs das heißt ich bin mit zwei traiter einem detektiv und drei innoissance das war jetzt alles wichtig ist und jetzt nach einem das ein kleber alle um ich bin jetzt gesicht wartet kommen wir kommen vor Feuerwehr ab ob ich jetzt nicht da was denn für ein kleber sterbe so gut wir kommen hier ich komme fort es runtergefallen der dumme trotteln als wir können es und dann sind ganz ernst ganz ernsthaft kräftig ist ganz ganz ernsthaft und Spaß was zu tun bis zu also ich bin ich bin noch nicht tot noch nicht noch nicht damit anmerken ich könnte dich sofort töten ja das machte aber nicht weil ich ganz toll bin ja ich träume weiter lachs euch das ist das beste Märchenargument du tötest mich nicht ich bin toll darfst du nicht soll ich dir zweifeligst ne jetzt hab ich irgendwie das gefehlt dass der kleber es ist also manche leute munkeln ist seit schweizer das bezweifle ich sehr deswegen habe ich ein rad A das mir hilft Izzy zu finden und das in sieben Sekunden resettet ich weiß wo du bist ich weiß wo du bist ich weiß ach was war das so und vor dir hörst du mich? ja ich höre dich dann mach dich bereit Autosniper juhu Mann du bist doof ich hab mich mal erschrocken ja ich kann mich nicht bewegen jetzt weg her scheiße 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 ich wollte das nicht bereit zu sterben? nein nein ich bin noch so jung mach dich lieber bereit denn du wirst jetzt sterben meine liebe nein kurze verteidigung er hat mich runter geschossen er hat mich abgestanden dann bin ich runter gefallen das war so geil ähm Jabba glabert gerade ja also hallo und herzlich willkommen und ich schieße ihm einfach direkt den Kopf rein hehehe hehehe oh mann also jetzt gibts zwei Traitor also werd ich Traitor wie immer doch ja klar weil ich Robo wird immer Traitor ja klar Robo und ich werden soll auch Traitor ne? also Juli weh ich werd mal traiten und du machst wieder weiter mit deinem random kill also also wir haben jetzt auch ausgemacht dass wir nicht einfach so als Inno-Sendung gerade los schießen darf haha nicht jetzt echt so er hat es mir vorhin immer nur wir haben ja vorhin immer nur wir haben wir vorhin immer nur nur noch wir haben wir vorhin immer nur noch mal Dienste Morauswert woher geht die Daufliege war ach sei doch ruhig als das ganz besser Träger der Schieke schaften das letzte mal auch gesagt dann habe ich dich umgebracht bestimmt okay ich bin ein Zeck der Furcht sie schließlich die Bedenkante doch nicht warte wer ist detective alter ok wer ist hier hier ist Ruben Ruben werft ein Discom ja warte ich muss kurz in steam was schreiben da oben steht jemand ey check warte wer schießt wer schießt wie Juli einfach direkt austrickt wer hat geschossen rum hast du geschossen warte was hast du für eine Waffe ja zeig mal hin doch du hast geschossen du hast geschossen du bist ein Indotraitor ja du bist ein Indotraitor das weiß ich ah ok ja was will ich mit so einer Waffe alter ich was trau dir einfach mal und bleib bei dir wo hat sich denn angehört Ruben nach nur Sniper ey schau mal Isi mach mal J ja genau so hat es sich angehört nein nein was ist J da ist wer runter geflogen wo voll aus des Star Wars voll aus des Star Wars hier ist Isi Alter ahaha warte 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 oh Thomas Traitor oh mein Gott er war einfach Traitor und ist so elendig verreckt er überlebt jetzt noch so es macht mir jetzt ein bisschen Angst vergebend vergebend töten oh hallo oh easy ja ok ah ich seh dich nicht war nicht lieb er ist einfach echt schütteln wisst ihr oh nein ich habe aussehen gesungen ihr wollt schießen aber sie wieder rausgesungen doch der vertraut ich hab sicher nicht abgeschossen er hat dich nicht abgeschossen ich habe Liebe ich bin einfach so dumm und siehst du runter das warte ist sie ist doch da runter geflogen weil ich hinter ihr stand ja voll geil aber wir sind ein Traitor wohl die gesuppt dumm gestorben warte er ist runtergefallen ich bin runtergefallen wo denn wo denn warte ich schau mich mal an hab ich einfach alle kills mit meiner Piste äh alle kills mit der Piste gemacht hab lol wo bin ich gespawnt bitte am ADW am Arsch he 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 warte was wird das das soll noch mit dem PIDO raus sein hie he 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 so wohl schon seit Jahrhundert ich habe nullkolldreff ich freue mich zurück an ab wo sei die Allermeisterin noch voll voll granade パ组5.18 folge also ich bin die enttäuscht auch das sind Batman beginnt schauen wir den an mal mehr ja okay hier ruft den Film wird der mit Schών auf den Laptop an komm schon mal Mastik das ist eine Chance der Streit hat wurde schon gestorben und gar nicht gestorben ist okay mehr begann es ist okay es war so was schauen das auf der Tastatur auch in der Stadt 28 ab wie viel mal die sich die doch mal wieder umgehen die erste Notarmen klar und leitzen der beide Träger im Alltag was ich glaube ich ok ich bin später was willst du jetzt tun ich renne rein und tüttel dich ok da oben ok da oben war es ja das bin ich ich bin detektiv das denn hat ihn getötet das denn ich schieße auf justin das war die falsche entscheidung auf schatten zu schießen er hat mich angebotet julius ist doch da wo wir uns einfach rutschen warte thomas thomas das kann ja auch nicht sein du bist schweizer thomas warum tust du die leiche gerade entfernen ich töte dich jetzt mal er hat gerade die leiche entsorgt ich will nichts ok er hat die leiche entsorgt tut mir leid hat nichts dagegen gesagt schweizer nein mama dann hören wir da bullshit ruben bist du etwas schon wieder ne ich bin ich ja dann ist ja ich sie ja dann ist es ist sie dann um hast du liebten er hast du bist du die teckte er machte ich nicht sagen aber ich sie sauf kommt er muss ja sagen dass sie sie hier ist der KGV mach mal nein ich hab mich grad vollverklickt wenn die sie auf Kost um sie ist oder er ist nicht nur noch er alles klar in der reine Frage welche fast das wird der Chef bei sich die Kinder und Schrauben ausmachen es soll ich sagen dass ich nicht es gibt doch ein Traitor-Chat das richtig ist ja ich glaube bin so dumm ja ich weiß wie er nicht unter die Erden in der Wand drin voll scheiße dass die Zerfkarte hat gesagt 30 Minuten ich bin so ein Mann und warum habe ich ich habe versäglichen dann bin ich mein Traitor und man muss um ein Traitor den Aufkauf bei mir war so zwei Traitor war eine Runde dann seiner Ausgang für eine Runde aber ich trete und ex-runden waren wieder zwei Traitor hoffelgell Julike Ecke soll ich und dann unterbricht die Aufnahme ja ok warte ich jetzt schon scheiße gell oder machen wir einfach ein Gable ich hab das iPad kaputt gemacht mal gucken mal gucken jetzt gibt es nur ein Traitor gell also ich weiß genau dass einer von euch Traitor wird da hat sie ja auch mit Schwerter 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 zu m es ist halt dumm dass es nur ein traiter gibt wisst ihr was ich weiß dass er einer traiter wird und ich weiß dass ich detektiv bin ich weiß dass julie traiter ist keine ahnung was ist denn ich bin nur cool aus wie soll ich traiter sein das den jahren ist ein traiter shop das ist das mal im nachschauen binoculus sind ja, traiter Ruben ist traiter, Ruben ist traiter ja ich bin traiter ne binoculus sind ich bin traiter warte, binoculus sind wie heißt denn das wer Ruben ich bin traiter wer äh ich bin traiter deswegen mache ich auch gar nichts Schüsse ja okay, ich will es, ich will es mal zu sein, also irgendwer lebt noch ich hier da oben okay, schalte ich gegenseitig an gegenseitig an okay, ja ich sagte es gegenseitig, ich sagte es hallo hallo okay, okay was hat das jetzt gesagt? das Auto ja, da gerade hat er geworfen, Ruben, Ruben steht dein 3, 2, 1 so, ein, no okay, es ist noch hier, und hier, ich schalte ich jetzt an ja, okay, anschaut, anschaut wenn ich drei sag, schließt sie auf euch 1, 2, 3 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 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 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 6 5 6 6 6 6 6 7 8 9